Kann man als Musiker Haustiere halten? Wie kann man das mit dem vielen unterwegs sein verbinden? Und hat man überhaupt was davon? Darum geht es in diesem Video. Als Musiker ist man, zumindest wenn es gut läuft, oft bzw. viel unterwegs. Das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, was man macht. Unterrichten mache ich gar nicht. Studio auch nur sporadisch und wenn, dann von zu Hause aus. Aber live bin ich ja nun mittlerweile wieder viel unterwegs. Wer meine Videos kennt, hat auch schon mitbekommen, dass ich zwei Katzen habe. Eine liegt ja hier, Elmo. Und Oskar ist gerade auch unterwegs. Vielleicht sehen wir ihn ja gleich noch. Damit ist eine Frage schon mal beantwortet. Ich habe Katzen. Wobei ich ursprünglich zum Hund tendiert habe. Damals habe ich mir dann überlegt, naja, Hund, den kann man nicht den ganzen Tag zu Hause lassen. Den muss man eigentlich, wenn dann schon mitnehmen. Auch dreimal am Tag Gassi gehen. Und habe mich deswegen für Katzen entschieden. Meine Abwägung war, Hund kann man zum Beispiel mitnehmen, wenn man zu Bekannten geht oder auch zum Einkaufen oder auch in Urlaub. Aber du kannst den nicht unbedingt zehn Stunden am Tag alleine in der Wohnung lassen. Bei Katzen ist es eher umgedreht. Also Katzen können gerne auch mal problemlos zehn Stunden allein in der Wohnung sein oder auch länger. Aber man kann sie halt nicht unbedingt mitnehmen, wenn man zur Freundin geht oder Bekannte besucht oder in Urlaub fährt. Kommen wir zur nächsten Frage. Wie viele Tiere? Ich denke, beim Hund reicht natürlich einer. Meine Überlegung bei Katzen war, wenn ich viel unterwegs bin, vielleicht zwei damit, die sich gegenseitig haben. Jetzt erst mal zu dem Punkt, wie kriegt man das organisatorisch geregelt? Ich habe mal eine Sache eingeschoben. Ich bin ja jetzt seit zwei Monaten wieder allgemein viel unterwegs, auch was Live-Spielen angeht. Ich würde mir in der aktuellen Situation keine Haustüre anschaffen. Bei mir ist es halt so, ich habe sie schon. Ich habe meine Katzen, die ihr hier auch ein bisschen seht, jetzt ein halbes Jahr. Die sind allerdings schon bald 13 Jahre alt. Also das sind schon Senioren, die sind nicht mehr so richtig umtriebig. Als ich die mir geholt habe, war für mich noch überhaupt nicht absehbar, dass ich ein paar Monate später sehr viel unterwegs sein werde. Das war auch mit ein Grund, warum ich überlegt habe, ob ich das Angebot bei Vanya Sky überhaupt annehme. Und habe mich intensiv mit Möglichkeiten beschäftigt, um das organisatorisch in den Griff zu kriegen. Da will ich jetzt mal auf vier eingehen. Das Einfachste ist Nachbarn. Wer mein Buch gelesen hat, weiß er, dass ich auch schon früher Katzen hatte. Also früher heißt, vor 15 Jahren angefangen und dann auch während meiner Krankheitsphase oder der Extremkrankheitsphase. Die aber leider nicht mehr leben. Zu dem Zeitpunkt hatte ich das immer organisiert mit meiner Nachbarin, die gesagt hat, ja, ob sie bei sich auf dem Sofa Fernsehen guckt oder bei mir in der Wohnung auf dem Sofa Fernsehen guckt, ist ihr egal. Ist eine Rentnerin. Das war natürlich das Sechser im Lotto. Diese Möglichkeit gibt es leider nicht mehr, da sie das altersbedingt nicht mehr machen kann. Die nächste Variante ist dann, man hat Freunde, die Bock haben. Vielleicht noch dazu gesagt, jetzt bei Katzen dreht es sich in erster Linie um zweimal am Tag füttern, Klo sauber machen. Also zweimal am Tag, sagen wir mal eine halbe Stunde. Wenn es kleine Katzen sind, wollen die natürlich auch bespaßt werden. Das fällt jetzt bei meinen Senioren weitestgehend weg. Die sind eher froh, geh du mal wieder weg. Gönn mir mal meinen Schönheitsschlaf. Was ich aufgrund der neuen Situation gemacht habe, ist, ich habe über eine Nachbarschaftsseite, die nennt sich bei mir hier nebenan.de, gibt es bei euch vielleicht auch. Also hier bei mir ist das eine sehr gängige oder sehr viel frequentierte Seite. Da habe ich gepostet, dass ich Leute suche, die auf meine Katze aufpassen oder auf meine Katzen aufpassen im Gegenseitigen. Also sprich, du passt auf meine auf, ich passe auf deine auf. Das funktioniert super. Nun ist es so, dass ich aufgrund der Tatsache, dass ich jetzt da viel unterwegs bin, nicht unbedingt den Gegenpart mehr machen kann. Mittlerweile ist es so, dass einige schon immer auf meine zwei Jungs hier aufgepasst haben, aber ich habe noch nie auf deren Katze aufgepasst. Deswegen habe ich mich jetzt auch noch um eine vierte Variante gekümmert, nämlich man bezahlt dafür. Da gibt es auch diverse Internetseiten von Katzensittern, von anderen Sittern mit Sicherheit auch, wo man einfach eingeben kann, für welchen Zeitraum man jemanden sucht und dann kriegt man Möglichkeiten angezeigt und kann dann buchen. Ich habe das jetzt einmal gemacht, ich war ja elf Tage in Polen und da dachte ich mir, probiere ich das mal aus. Hat auch super funktioniert, kostet halt Geld. Stellt sich die Frage, tut man den Tieren einen Gefallen damit? Bisher habe ich den Eindruck, das funktioniert super, aber alles unter dem Hintergrund, dass die ja auch schon älter sind und auch gar nicht mehr diese Rundumbespaßung brauchen. Sollte ich den Eindruck bekommen, dass sie unter der ganzen Situation leiden, müsste ich eine Entscheidung treffen, die würde, wenn ich jetzt hier so sitze, zugunsten der Katzen ausfallen. Mich von den Katzen zu trennen, steht für mich eigentlich nicht auf der Agenda. Da würde ich, glaube ich, überlegen, eher wieder bei Vanya aufzuhören und doch gucken, dass ich musikalisch mich im Großraum Hamburg bewege und nicht so viel unterwegs bin. Ich möchte dann jetzt noch auf einen Punkt eingehen, wie sich das verhält mit Haustieren, wenn man krank ist. Wer meine Geschichte kennt, ich hatte ja ein paar Jahre Ausnahmezustand und zu der Zeit hatte ich auch zwei Katzen, beziehungsweise dann, nachdem ich eine einschläfern musste, noch eine. Da muss ich sagen, das hat mir sehr geholfen, vor allem in meiner hochdepressiven Phase, wo ich auch Selbstmordgedanken hatte. Da lag ich ja manchmal nachts, stundenlang oder mehrere Nächte hintereinander eigentlich wach, weil aufgrund des lauten Tinnitus und dem ganzen Toho-Wa-Boho, was da im Kopf war, definitiv kein Schlafen möglich war. Und dann ist halt durchaus passiert, dass morgens um drei meine Katze, die hieß Elli, zu mir aufs Bett gehopst kam und mich so angeguckt hat, von wegen, Alter, wenn du eh schon wach bist, kannst du mir auch den Bauch kraulen. Und das hat mich dann wieder abgeholt aus dieser düsteren Welt. In dieser Zeit war ich sehr dankbar dafür, vielleicht auch eher im Nachhinein gesehen, so in dem Moment habe ich das gar nicht so zur Kenntnis genommen, aber wenn ich jetzt zurückblicke, war das sehr hilfreich. Um das jetzt mal alles zusammenzufassen, prinzipiell finde ich Haustiere super. Ich habe das auch nie bereut mit meinen zwei Katzen, manchmal nerven sie zu scheiße, aber unterm Strich ist es echt eine tolle Sache. In der aktuellen Situation würde ich mir keine holen, einfach weil ich viel unterwegs bin, aber ich habe einen Weg gefunden, der von meinem Empfinden super funktioniert für alle Beteiligten. Und wenn es Geld kostet, kostet es halt Geld. Das ist dann so. Der Postengeld ist sowieso so eine Sache, das muss man sich auch definitiv klar machen. Der Tierarzt kommt irgendwann immer, wenn man jetzt ältere Tiere hat, eher vielleicht wie bei jüngeren Tieren, darüber muss man sich im Klaren sein. So, und damit ihr seht, dass mein Kater tatsächlich noch lebt, hat er gerade einen kleinen Positionswechsel vorgenommen. Also es passiert schon was. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann drückt den Abonnier-Button, dann bleibt ihr auf dem Laufenden. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.